Jetzt kommt Adrian Zen mit seiner F-86 F-Saru und er startet für das Schweizer Team. Er startet hier 20 Kilo Kassel. So, jetzt kommt der Schweizer Team zusammen. Dann haben wir ihn an den Ständen. Dann kann man das hier. Der hier ... Dablos? Wenn ich hier oben bin, wir kommen. So, jetzt kommt der Warnung. Dablos. Jetzt kommt der Warnung. Dann kommt er auf dem Weg. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.